Musik Willkommen zur heutigen Themenvorschau am 7.7. Heute ist der 6.7., bin wieder einen Tag zu früh. Aber das Thema, was wir heute als wichtigstes Thema haben, ist der neue Dresscode von KLM Cabin Cruise. Warum? Weil wir doch als Passagiere auch sagen, hey, Passagiere, die mit uns fliegen in der First Class oder in der Business Class, die sollten etwas Ordentliches tragen. Und beim ordentlichen Tragen muss ich natürlich hier wieder Werbung machen für mein T-Shirt Lufthansa, give me your love. Da könnt ihr natürlich immer richtig gekleidet rumlaufen. Aber hier ist das Thema etwas anders. Und zwar hier geht es dann darum, um Tattoos oder aber auch sogar um Piercings. Da gehen wir nochmal auf die Änderungen drauf ein. Ein geschätztes Mitglied unserer Community ist ja Freddy Kurve des Westens, F95. Ich bin kein Fortunatis, ich glaube F95, Kurve des Westens. Er meinte ja gestern, die Play-Jogging-Uniform oder Jogging-Hosen-Uniform wäre ja schwierig, wenn es um Autorität geht. Das habe ich als zweites Thema für euch ausgegraben. Ich zeige euch mal die Bilder. Die Uniform wurde ja vor ungefähr zwei Jahren eingeführt. Reiner möchte in Deutschland wachsen, wenn gewisse Voraussetzungen da sind. Weitere, ein Insider-Tipp gewesen, früher um das Schwedengold oder Wikinger-Gold sich zu holen, geht an Norwegian. Und dann haben wir einen IHG-Flash-Sale, der auch Deutschland inklusive ist. Heißt also IHG-Hotels in Deutschland bis zu 35% Rabatt. GHA Discovery, ein Programm, was ich irgendwie gelernt habe zu mögen, aber dann irgendwie abtrünnig geworden bin, als ich das Hotel in Helsinki am Flughafen gesehen habe, was im Keller war ohne Fenster. Dann nochmal ein Hinweis, warum man Meilenflüge buchen sollte und die Meilen nicht horten sollte. Warum? Casa Pacific-Mainflüge werden teurer. Dann haben wir noch ein Deason-Deal, was nicht teurer wird, sondern ein richtig cooler Deal ist ab Oslo nach Beijing. Ich hoffe, ich habe das ordentlich geschrieben, sonst wird Sven mich hier wieder maßregeln für 1.279 Euro. Logischerweise zu der heutigen Sendung am 6.7. haben wir natürlich auch eine Frage des Tages und zwar, was haltet ihr von den neuen Regeln? Denn was würdet ihr als Uniform nicht akzeptieren? Da denke ich doch, dass wir heute wieder eine interessante Sendung für euch gepresst haben. Wie ihr gestern gemerkt habt, sind zwischendurch neue Themen reingekommen. Natürlich, ich nehme das hier gerade auf um Viertel nach drei lokaler Zeit, also Viertel nach zwei deutscher Zeit. Schauen wir mal, ob noch Themen dazukommen. Ich werde natürlich gerne erweitern. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr unten kommentiert und weitermacht. Also bis dann. Ciao. 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 Ciao.